Das ist die Geschichte von Sascha und Anna, die sich in Berlin eine Wohnung teilen. Sie haben einen Nachbarn, Nick, und einen Besucher, Sam aus Amerika. Die Mädchen mögen Sam, denn er ist, ähm, naja. Und Nick mag Sam, weil er reich ist. Sam findet es toll in Deutschland. Seht euch die nächste Folge von Extra an. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, aber es muss sein. Es ist vorbei. Oh, darling, nein. Mein Herz wird zu brecken. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Das darf sie nicht. Nein, das darf sie nicht. Ich kann nicht ohne dich leben. Er ist so toll. Und ihr Mann ist so ein Ekel. Du bist dran. Ja, hallo? Kurt Knall? Ob ich seine was bin? Seine Agentin? Nein, tut mir leid. Den gibt es hier nicht. Kurt Knall, so ein doofer Name. Wer würde sich so nennen? Alle Männer sind wie kleine Jungs. Spielen immer nur dumme Spielchen. Russia! FBI! Keine Bewegung! Beine hoch! Hände hoch! Hände hoch! Nicht Beine hoch! Ah, äh, Hände hoch! Hallo, Nick. Hallo, Sam. Das sind wir nicht! Toll! Das ist ja wie Berlin-Mitti hier am Freitagabend. Hä? In dieser Wohnung ist sehr viel los. Verrückte Anrufe, verrückte Namen und jetzt das FBI. Hey, Sascha, Schätzchen. Hat jemand für mich angerufen? Hat jemand für dich angerufen? Wer bin ich denn? Deine Sekretärin? Nein. Du wohnst nicht einmal hier. Diese Wohnung ist nicht deine Wohnung. Nie habe ich meine Ruhe hier. Aber mein Telefon ist kaputt. Das ist nicht mein Problem. Du solltest deine Rechnungen bezahlen. Hey, Entschuldigung, Sascha. Und Sam, du wohnst jetzt bei Nick. Also klopf bitte an. Und jetzt will ich allein sein. Aush, was ist denn mit der los? Nick, welcher Tag ist heute? Mittwoch? Und wie viel Uhr ist es? Ah, ich weiß es. Es ist halb sieben. Genau. Also? Also was? Also was? Also was kommt im Fernsehen? Ach so. Der wahre Traum der Liebe. Der wahre Traum der Liebe. Was ist das? Oh, Troy. Troy, ich liebe dich. Und ich liebe dich auch. Amerika. Saschas Lieblingssendung. Ja, meine auch. Ja, wirklich, Anna? Und warum? Es geht um die Liebe zwischen einem Jungen aus Amerika und einem Mädchen aus Deutschland. Hä? Die Liebe zwischen einem Jungen aus Amerika und einem Mädchen aus Deutschland. Ah. Wie schön. Sascha! Bitte sei nicht böse. Ich hoffe doch nur, dass jemand angerufen hat. Ich muss meine E-Mails checken. Moment mal. Ah, komm herein, setz dich hin und schließ die Augen. Oh, Sam, ich liebe diese Werbung. Wofür ist das? Nun, willst du ein Stück vom Paradies probieren? Die Werbung ist für Schoko-Eisbombe. Schokolade, so sei dich, da schmierst das Herz jeder schönen Farbe. Schoko-Eisbombe. Die Schokolade für Liegende. Ich liebe Schoko-Eisbombe. Hey, die Werbung ist auch gut. Popcorn in der Mikrowelle, Popcorn in Sekundenschnelle und dann auch Popcorn im Bauch. Woo, es ist poptastisch. Woo. Und, Anna, magst du Popcorn? Ja, besonders poptastisch Popcorn. Wir haben kein poptastisch Popcorn in den USA, but we make great Popcorn. Ehrlich? Keine Mikrowelle, just corn in a pan. Ich hab die Rolle. Ich hab die Rolle. Hey, toll, Mann, ist der super. Was ist, was ist los? Sagen wir einfach, dass du dieses Gesicht in deinem Fernseher sehen wirst, und zwar jeden Abend um Punkt 6 vor einem riesigen Publikum. Ladies and gentlemen, a star is born. Oh, Nick, das ist ja fantastisch. Nick, du hast es geschafft. Heute Berlin, morgen Hollywood. Aller Frauen der Welt, dein Name in großen Neonetten. Wow. Tada. Und ich möchte meinen Eltern danken. Meinen Brüdern, meinen Schwestern. Ihrem Hund. Ihrem Tierarzt. Und meiner wundervollen Freundin, Sascha. Danke. Das würde dir so passen, ne? Was ist eigentlich los hier? Hast du es schon gehört, Sascha? Sag mal, Nick, was ist es? Nun, es läuft jeden Abend. Es ist heiß und manchmal auch stürmisch. Oh, heiß und stürmisch. Ein Drama. Wie spannend. Wirst du mich auch lieben, wenn ich ein großer Superstar bin? Ja, Nick. Ich werde dir helfen, ein ganz toller Superstar zu werden. Echt? Ja, echt. Lektion Nummer 1. So machen alle Superstars einen ganz großen Abgang. Auf Wiedersehen, Nick. Wir sehen uns bei den Oscars. Anna. Ich glaube, du siehst dir zu viel Werbung an. Was meinst du damit, zu viel Werbung? Na, denk mal an saftige Happen. Ach, saftige Happen. Hallo, willkommen in meinem Test für saftige Happen. Herr Müller. Vor Ihnen stehen zwei Teller. Sagen Sie mir bitte nur, auf welchem Teller saftige Happen sind. A oder B. Das hier ist A. Und das hier ist B. Okay, Herr Müller. Auf welchem Teller waren saftige Happen? Die riechen beide toll. Korrekt, gut gemacht. Auf beiden Tellern waren saftige Happen. Der Unterschied ist, A ist saftige Happen mit Kaninchen und B ist saftige Happen mit Huhn. Herr Müller, was mochten Sie lieber? Oh, Hühnchen. Sag mal, Anna, was sind saftige Happen? Hundefutter natürlich. Weißt du jetzt, was ich meine? Hm, ich glaube schon. Was ist das für ein Lärm? Annas Popcorn! Mein Popcorn? Na klar, ich wollte dir echt amerikanisches Popcorn machen. Oh Sam, du bist so süß. Ah, ich mag Popcorn auch, Sam. Hi Mom, guess what? I'm sharing an apartment with Nick. Yeah, I know. I'm so grown up. Maria, in dieser Wohnung ist sehr viel los. Verrückte Anrufe für einen Fremden namens Kurt Knall. Kurt Knall, so ein doofer Name. Wer würde sich so nennen? Russia! FBI! Sam und Nick kommen herein, ohne anzuklopfen. Und Anna ist ganz verrückt nach Werbung. Wuuh, es ist fantastisch! Tag Joe! Weißt du was? Ich hab die Rolle! Ich hab die Rolle! Tada! Ich werde ein Star sein. Mein eigenes Programm. Jeden Abend um 6 Uhr. Vor einem riesigen Publikum. Hollywood, ich komme. Heute Berlin, morgen Hollywood. Hollywood, and I made Popcorn for Anna, American-Style. Yeah, I know I've never made Popcorn before, Mom. A success? Um, kind of. In dem spiele ich mit, ähm, Russell Crowe. Wow, Nick! Du warst ein Gladiator? Das wusste ich nicht. Äh, welche Rolle hast du gespielt? Den Centurio. Ja, welchen Centurio? Da, 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 da bin ich auf dem Boden. Ah, ein totes Centurio. Ja, richtig gut, ne? Meinst du nicht? Was hast du gesagt? Oh, ah! Äh, äh! Wow! Aber Sam, jetzt habe ich ein ganzes Drehbuch für mich alleine. Jeden Abend im Fernsehen. Nick, sag es mir. Was ist's? Es ist meine Show. Und wenn ich ein Star bin, dann werde ich dich nicht vergessen, mein Freund. Nein, 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 nein. Ich werde meine Freunde nicht vergessen. Aber manchmal will ich dann auch alleine sein. Und dann gehen meine Dienstboden ans Telefon. Hallöchen. Hier ist Charlotte. Sehen Sie um 17.30 Uhr zu. Ich zeige Ihnen, wie man eine köstliche Schoko-Eisbombe macht. Sie brauchen nur Eier, Schokolade und Butter. Und vergessen Sie nicht, Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Was bedeutet das? Das heißt, wenn du das Mädchen liebst, dann koch für sie. Ich will kochen, dann... Du und kochen. Anna liebt Schoko-Eisbombe. Ach ja? Was meinst du überhaupt? Ich sehe zu viel Werbung. Na, weißt du noch? Mit dem neuen Waschmittel, hä? Oh je. Hallo. Als Mutter kämpfe ich täglich gegen schwierige Flecken. Tomatenketchup. Schokolade. Ja, sogar Ei. Aber es gibt Hilfe. Ich werde ein Hand mit normalem Waschmittel waschen. Und das andere mit dem neuen Power-Pep. Sehen wir einmal, welches sauberer wird. Sehen wir einmal, was passiert ist. Das Hemd mit dem normalen Waschmittel ist noch schmutzig. Aber das mit dem Power-Pep gewaschen Hemd ist... Anna, hast du irgendwo mein neues rotes Design-T-Shirt gesehen? Hoppla! Hallo, Sascha. Hallo, Sam. Oh, hi, Anna. Hallo, Sam. Wo ist Nick? Weiß nicht, wir waren noch hier. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Aber wie viele Filme kann ich in einem Jahr machen? Natürlich alles Kino-Hits. Nein, nein, es ist nicht das Geld. Ich brauche die Hundertmillionen Euro nicht. Sprechen Sie doch mit meiner Agentin, Sascha. Vielleicht können Sie das beide regeln. Ciao. Ich habe eine Idee. Hallo? Hallo? Nick Müller? Ja? Mr. Spielberg ist am Apparat. Echt? Hi, Nick. Es ist Steven hier. Ich höre, du bist sehr großartig in Deutschland. So, um, was du jetzt arbeiten? Oh, well, uh, Steven. Um, it's something that the whole of Germany watches. It's, uh, um... Anna! Lacht ihr nur. Aber heute Abend um 6. Da werdet ihr sehen, dass Nick von nebenan Stahlqualität hat. Und dann wird Spielberg anrufen. So, und jetzt, jetzt gehe ich. Ich muss meinen Text lernen. Anna, du magst doch Schoko-Eisbombe, oder? Oh, Schoko-Eisbombe. Nun, willst du ein Stück vom Paradies probieren? War es schon so spät? Ich muss mit Louis spazieren gehen. Louis! Louis! Schoko-Eisbombe, äh, Schokolade, Eier und Butter. Mom, I'm going to learn to cook. It ain't that funny, Mom. Not yet. Ist die Fernsehwerbung nicht toll? Am liebsten mag ich saftige Happen. Hallo, willkommen in meinem Test für saftige Happen. Powerpap und Schoko-Eisbombe. Die Schokolade für Liebende. Mmh, mmh, mmh. Ich liebe Schoko-Eisbombe. Why do I want to learn to cook? No reason. Liebe geht durch den Magen. What's that? Um, just a German saying, that's all. Hallo, meine süßen kleinen Köche. Willkommen in Charlotte's Küche. Heute, mmh, Schoko-Eisbombe. Mmmh. Zuerst die Schokolade. Zuerst die Schokolade. Über heißem Wasser schmelzen lassen. Schmelzen? Äh, ah, schmelzen lassen. Über heißem Wasser schmelzen lassen. Nun müsst ihr die Eier trennen in zwei Schalen. Nun müsst ihr die Eier trennen in zwei Schalen. Ach so. Sam? Noch einen. Das Eigelb mit der Schokolade vermischen. Das Eigelb mit der Schokolade vermischen. Sam? Die Butter dazugeben. Hi, Anna. Und jetzt kommt der Spaß. Das Quirlen. Ich liebe das Quirlen. Ihr nicht auch? Das... Was ist Quirlen? Na los, das Eiweiß verquirlen. Da brauchen Sie Annas neuen Zauberquell. Ja, gerne. Es ist bald fertig. Zum Schluss das Eiweiß zur Schokolade geben und in den Kühlschrank stellen. Das Eiweiß zur Schokolade geben und im Kühlschrank stellen. Und wer ist die glückliche Sam? Ich glaube, ich weiß es. Oh, Sam. Schoko-Eisbombe. Oh, das war aber nicht nötig. Nick! Wie spät ist es? Äh, sechs Uhr. Schnell umschalten! Guten Abend. Es ist sechs Uhr und hier der Wetterbericht mit Kurt Knall. Der Wetterbericht? Mit Kurt Knall? Es ist Nick. Und hier ist das wetterfreundlich lächeln. Und hier ist das Wetter freundlich lächeln. Und hier ist das Wetter. Im Süden wird es heiß. Sonne! Oh, äh, äh, heiß. Also, ziehen Sie Ihre Strandkleider an. Im Westen wird es windig. Oh, nein, nein, bitte kein Blitz. Kein Blitz! Und das war das Wetter. Mit mir Kurt Knall! Oh, nein, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ah, komm herein. Oh, Sam. Schoko-Eisbombe. Oh, das war aber nicht nötig. Schließ die Augen und setz dich in. äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Nun, willst du ein Stück vom Paradies probieren? Schokolade, so sei dich da. Da schmilzt das Herz jeder schöner Frau. Bist du bereit? Schoko-Eisbombe. Die Schokolade für Liebende. Das war ein Spaß. Ich mag das Werbungsspielen so gerne. Besonders mit deiner köstlichen Schoko-Eisbombe. Das freut mich. Hallo, hallo. Da kommt Kurt Knall. Herr Knall, möchten Sie nun wissen, wer für Sie angerufen hat? Als Ihre Agentin bekomme ich zehn Prozent. Nick, wir haben dich gesehen. Du warst ... Ja. Wunderbar. Hey Mann, das war lustig. Mir hat der Hula-Rock gefallen. Nick, du musst sehr müde sein. Ja, das bin ich. Die Fernseharbeit muss schwer sein. Nein, das ist es nicht. Aber ich musste vom Fernsehstudio nach Hause rennen. Rennen? Warum? Sie waren alle hinter mir her. Kurz, 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 kurz... Nächste Woche in Extra. Sascha gewinnt im Lotto. Nick findet Liebe an der Ampel. Und warum wird Sam ein Müllmann? Das dürft ihr nicht verpassen. Untertitelung des ZDF, 2020